Hallo Freunde des gepflegten Hardware-Schraubens, heute werden wir in ein Medion Akoya eine SSD einbauen. Der Medion ist ein E1210, der ist damals noch mit Windows XP rausgekommen, daher habe ich jetzt auch keine Skrupel, einfach nur die Festplatte rauszunehmen, die SSD einzubauen und dann per bootable USB-Stick oder so im Nachhinein ein anderes Betriebssystem aufzuspielen. Ihr selber solltet euch da vorher Gedanken machen, wenn ihr sagt, ihr wollt die Daten sichern. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Video, wo ich zeige, wie man die Datensicherung macht, wie man die Daten also von der Festplatte, die man drin hat, auf die SSD kopieren kann. Und ansonsten widmen wir uns hier in dem Video nur dem puren Einbau. Warum machen wir das? Ja ganz simpel, die Netbooks haben nun mal so ein bisschen die Angewohnheit, immer mitzureisen und in der Tasche zu liegen oder ähnliches und sind nicht gerade super toll geschützt. Das heißt, eine SSD hält erstmal mehr Kräfte aus, damit sind das letzte bewegliche Teil der Lüfter und ihr habt damit einfach auch mehr Ruhe und mehr Sicherheit. Der Punkt außerdem ist, wir haben eine höhere Lebensdauer des Akkus und wir können natürlich etwas mehr Leistung erzielen. Die Welt wird es nicht sein, sage ich ehrlich, weil die CPU einfach viel zu schwach ist in dem Modell. Aber von der Akkuseite her und von der Sicherheit lohnt sich der Umbau hundertprozentig. Und ich finde, es ist dadurch, dass Windows XP sowieso eingestampft wurde, ein guter Zeitpunkt das zu tun. Ja, generell erstmal, wir drehen das gute Stück auf die Rückseite. Entfernen den Akku, erden uns selbst und jetzt geht der Spaß auch schon los. Wir lösen erstmal alle Schrauben. Jetzt drehe ich das gute Stück auf die Rückseite. Noch mal nachgeguckt, alle Schrauben raus. Ne, da fehlt noch eine. Die letzte bleibt wie immer drin. Ich weiß nicht warum. Ich mache das irgendwie gerne. Das ist schon immer so gewesen bei dem Modell. So, jetzt gehen wir auf die Seite, wo der Lüfter ist und beginnen das Ganze abzuheben. In Richtung der Anschlüsse. Dann können wir es sich nämlich so von den Anschlüssen runterschieben. Da ist das gute Stück uns schon entgegengefallen. So. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ne, ganz so schlimm ist es nicht. Als nächstes lösen wir das Klebeband hier. Was das Kabel der BIOS Batterie fixiert. Nehmen die Festplatte. Und stellen fest, dass sie nochmal gesichert ist. Also, geht's weiter. Ich löse jetzt das Antennenkabel, weil ich sehe, da unten drunter ist eine Schraube. Von diesem Festplattenrahmen. Dafür muss ich jetzt die Antenne lösen. Also, das weiße Antennenkabel abgehebelt. Das geht sehr gut mit der flachen Seite des Schraubendreher. Dann lösen wir die entsprechende Schraube. Dann kommt uns das Ganze schon so nach oben entgegen. Und wir können es abziehen. Wer das Klebeband noch an Ort anstelle hat, braucht nicht mal die Schraube erretten. Sondern das geht dann ganz fix. Jetzt lösen wir die zweite Festplattenschraube. Heben die Festplatte leicht an. Und ziehen sie durch leichtes Wackeln, in und her wackeln raus. Schiebe ich den kurz zur Seite. Löse den Haltebügel der Festplatte. So, da haben wir die Festplatte schon weg. Jetzt fädeln wir den Haltebügel hinten auf die SSD auf. Schrauben. Den wieder fest. Ich greife das gute Stück jetzt wieder an den Bügel. Das hat natürlich noch einen zweiten Vorteil. Eine SSD ist leichter als eine HDD. Das heißt, ihr schleppt auch nicht mehr so viel Zeug mit euch rum. Ich nehme wieder die Festplattenschraube. Nehme wieder das Antennenmodul. Das müsste das WLAN-Modul sein, um genauer zu sein. Ich schraube das auch wieder fest. Dann nehmt ihr dieses Kabel. Setzt das wieder oben auf die Stelle auf, an der ihr es abgezogen habt. Da ist richtig so ein kreisrunder Anschluss hier unten. Ich hoffe, man sieht den halbwegs im Video. Das gute Stück will nicht drauf. Ich fädel das Kabel jetzt einfach dann neu. Also gesagt, getan. Das hat schon den benötigten Effekt gebracht. Einfach hochgefädelt von der anderen Seite drauf geschoben und dann wieder eingedreht. Dann macht ihr das Klebeband zurück an die Stelle, wo es war. Natürlich das hier vorne auch. Könnt ihr auch wieder festkleben, damit es nicht hin und her wackelt. Aber so, dass keine der Schraublöcher verdeckt sind in irgendeiner Weise. Dann nehmen wir wieder den Deckel. Da ist unser Lüfter. Da muss die Öffnung sein. Und den fädeln wir wieder so genau entgegengesetzt drüber, wie wir ihn abgenommen haben. Machen das genau wieder auf dieselbe Art und Weise. Nochmal kontrollieren. Der haut irgendwo was nicht hin, glaube ich. Das fühlt sich zumindest komischer. Hier hängt was. Ja. Also einfach mitten noch ein bisschen Kraft. Der hat gehangen an den USB-Anschlüssen. Und muss dann einfach ein bisschen das noch ziehen, dass der auch wirklich in die richtige Position springt. Ihr habt es gerade gehört. Jetzt sind wir hier richtig drin in der Kante. Und jetzt ist das Einfädeln hier drüben auch kein Problem mehr. Jetzt verteilen wir wieder unsere Schrauben. Ich fixiere als erstes hier mal die Scharniere, dass wir hier Ruhe haben und sich da nichts mehr bewegen kann groß. Jetzt verteilen wir uns. So, auf los geht's los, gucken wir, hat er noch genug Saft? Ne, hat er nicht, also ich hole euch gleich wieder dazu, sobald ich das Ladekabel hier habe. Willkommen zurück Leute, was ist passiert? Ich habe das Netzteil geholt, habe es angeschlossen, ihr seht mittlerweile, da ist der Akku auch geladen, habe mir einfach mal einen bootable USB-Stick erstellt, eine Linux-Installation draufgezogen und jetzt werden wir einfach mal die Installation soweit durchspielen, bis wir an dem Punkt sind, wo er die Festplatte checkt und wenn wir da angekommen sind, dann ist eigentlich schon alles bewiesen, es geht hier nämlich nur noch drum, ob der SATA-Controller mit der SSD zusammenarbeitet, Festplatte löschen und um GoTo installieren. Und da ist sie schon. Also, ihr seht, der SATA-Controller erkennt auch in dem älteren Medion Akku ja und damit vermutlich auch in MSI Wind, weil es baugleich ist, die Plexdoor-SSD. Ihr bräuchtet jetzt nur noch die Installation durchführen und damit habt ihr dann wieder mal die Haltbarkeit verlängert, beziehungsweise auch die Nutzbarkeit. Die längere Akkulaufzeit und natürlich die Schadensresistenz macht das Ding wesentlich besser nutzbar. Ja, erwartet keine allzu großen Sprünge, die CPU bleibt immer noch dieselbe und die GPU auch, aber für das Arbeiten ist dadurch wesentlich besser geeignet. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Plexdoor bedanken, für das Zusenden des Hardware-Samples. Ohne das Hardware-Sample wäre das Video nicht möglich gewesen. Wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Und ja, wenn ihr Fragen zu dem Video habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, auch damit ab in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Selberschrauben. Grüße, euer Simi.